hi leute und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir sind jetzt beim rennen von china angekommen nachdem das qualifem bescheiden lief also wir sind zwar wieder in q1 mal ausgeschieden obwohl das auto eigentlich gut genug für q2 mindestens sein muss von aber die strecke war halt neu weil da sind wir halt noch nicht gefahren letzte saison sind wir in monaco gefahren und habt ihr jetzt getauscht mit china und deswegen ja kann man jetzt gar nicht sagen dass es misst lief weil eigentlich platz 18 ist dafür ganz gut dafür dass ich das erste mal hier gefahren bin mit diesem auto was noch nicht mal was immer noch nicht ein top auto ist natürlich so es kann natürlich ganz gut performen schon aber noch nicht so wie die top teams rein theoretisch so die kai ist noch so wie es ist der turno ist nicht motorwechsel und so das macht keinen sinn und dann legen wir von los mit den 28 runden der große preis von china steht bevor bei diesem rennen holte sich michael schumacher 2006 seinen letzten formel 1 sieg und red bull mit sebastian vettel seinen ersten das war es ist an der zeit einen blick auf die aufstellung der fahrer nach einem aufregenden qualifier von gestern zu nerven walterri bottas hat gestern gute arbeit geleistet der finne startet von der pro und max first up and steht daneben und die übrige startaufstellung ist wie folgt rs hamilton landon orris und leclerc zainz ricardo gasli und fernando alonso zunoda vettel estebanocon und strong jomi nazi mick schumacher der glückspilz und nicola latifi zu matze ping nissani und george russell schließt die startaufstellung also dann es wird zeit wir schalten runter zur strecke für das heutige rennen im letzten rennen haben wir punkte geholt strengen wir uns an damit es so weiter geht ich habe gerade probleme sorry denn irgendwie wie hier gerade was nicht funktioniert so jetzt funktioniert alles okay sorry ich hatte hier gerade probleme und deswegen okay es soll es sieht bewölkt aus hier irgendwie es sollte doch auch mit hart wollen die mich okay ja wie die fahrt ist wirklich schneller als das sind zwei stopp ist auf jeden fall langsamer da guck ich aber auch mal ganz schnell noch nach Prozent mehr mit soft mal zweimal und medium ist es nicht wahr ohne ist noch langsam okay ja ich probiere mal kurz aus und jetzt versuche ich mal was ganz anderes und zwar erst mal wieder rückgängig dann oh jetzt bin ich hier sorry äh mit mir auch geht gar nicht man kann nur ja gut dann dann machen wir das mal rückgängig zack ja gut aber mit hart oh aber mit soft will ich jetzt ohne unbedingt starten ne puh ok erstmal benzin das ist einfacher das tue ich wieder ein bisschen runter ballern obwohl das ist mir schon wieder zu viel aber ich würde es mal auf 28,5 machen ja aber das blöd dass man nur auf hart oder soft starten kann auf soft will ich nicht starten weil der wahrscheinlich zu langsam sein wird obwohl ach komm egal ist egal dann gehe ich halt auf den soft jetzt jetzt geht es auf einmal okay alles klar alles klar dann mache ich das doch so okay dann hat sich das schon erledigt weiß nicht wie es ist es sogar schneller oder langsamer und ich glaube noch langsam aber trotzdem mit lieber mit medium starten und dann hart als andersrum ok dann let's go jetzt nach ein bisschen Zeit gekostet aber es wird bewältigt sein also es ist oh die standen alle mit hart 8 auf hand das könnte natürlich so eine fehlentfaltung gewesen sein aber für den anfang haben wir dann klaren vorteil natürlich schon mal vorbei an jovi nazi oh jetzt vorsichtig vor das auto ohja hier innen rein vielleicht ganz aggressiv hier rein schön hier innen bleiben das wird eng mit dem williams äh mit dem alpine von ucon gab glaube ich sogar eine leichte berufung vielleicht aber auf platz 14 aber ucon ist auch auf medium also der einsätze mit medium bin ich da jetzt nicht aber gut ich hatte ja nicht die anders und jetzt hier ganz in ja gut ich habe jetzt die harten reifen äh die weiferen das heißt ich habe mehr grip beim rausbeschleunigen obwohl jetzt der vettel damit das dagegen hält oh 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 neben seite an seite und da bleibt vorne vettel nein bleibt er nicht jetzt haben meine oh jetzt haben meine mediums dann doch einen kleinen vorteil gezeigt und fettel ist immer neben mir jetzt hat er versucht den switchback zu machen hat aber nicht geklappt aber gut da haben meine mediums jetzt von einem vorteil gezeigt oh oh jetzt kommt fettel nochmal mit seinem med mit einem harten reifen was macht er da ok gut das habe ich eigentlich für alle hartstarter schon mal hinter mich gebracht glaube ich war ja fast gefühlt die halbe äh das halbe feld gefühlt aber zu not erfährt mit medium und ucon also ok jetzt muss ich aber meine mediums auch gut ausnutzen dass ich mich schon mal am vortpunkt rausfahre weil eigentlich müsste das ja dann so sein dass ich dann die schlechteren reifen habe im Vergleich zu den anderen um oh 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 ah diese kurve hat mich im qualifenden uhr wöhrer gemacht verrückt gemacht weit raus ich muss jetzt mal mich konzentrieren so wir sind in runde 2 jetzt wie viel ist dann zu noten vielleicht dranbleiben wenn das geht aber weit raus wo ist ja gut wie gesagt china noch nie gefahren in dieser karriere zumindest aber irgendwie jetzt sich dran gewöhnen früh am gas so ja wenn du kommit hättest ist es nicht so schlimm der hat eh auch mediums aber fettel müsste ich jetzt schon abhängen etwas der hat gerade mal die harten nur so ein paar hänge ich den eifer hume hänge schon ab nebenbei hat übrigens wasser jetzt schon gewünscht trafen jetzt schon ein renner mit gefahren und schon gewünscht trafen im zweiten also das zeigt einfach dass die motoren alles nichts aushalten bei mir ohne da ist ja auch schon viel prozent aber zu viel habe ich das gefühl ohne ok jetzt gucken ok jetzt gucken oh verbremst ohja die trägt jetzt auch nicht ohne ohja der angriff wird schon kommen wie von okon ja meine power ist eigentlich gut die Renault power oh die hat hat doch schon dass der ist die hat nicht gesagt meine Renault power ist gut ok wir haben eine position verloren wir sind auf meinen Platz zurückgefallen oh oh es wird eng mit Esteban aber wir setzen uns durch sehr gut außen haben wir uns einmal ganz gut gerettet jetzt bei dem würde ich trotzdem auch gerne hinter mich halten möglichst das DRS wird in dieser Runde aktiviert wir können das DRS nutzen wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst oh ich bin ganz ganz drin oh okon mit dem kleinen Drift oder mit dem kleinen Rutscher ja das ist mir zu Noter kann ich momentan noch nicht mithalten und jetzt mache ich wieder sowas jetzt wollte ich wieder zu viel aber jetzt ist immer schwer ich habe immer keine Ahnung wo es bremsen muss wenn niemand vor mir ist klar ist zu Noter vor mir aber da ist es zu weit weg dass ich nicht weiß wo es bremsen muss da könnte ich wohl gar nicht bremsen und würde den zu Noter nicht abräumen können ok aber trotzdem bin ich da langsam stars ich meine da ist schon eine riesen Lücke zu dem Alfa Romeo und auch zu dem eigentlich zu dem anderen blauen Punkt auch schon ach come on jetzt kriege ich diese Kurve ohne mehr hin anscheinend mein Vorteil ist nur wieder ich kann einen Stopp machen ja jetzt kommt der Kon wieder aber der Renault Motor ah ich hatte aber noch das DRS ja gut das wars mit DRS ist meine Chancenlos obwohl vielleicht oh 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 nein das war zu spät das war zu spät das war nicht zu spät sehr gut sehr gut und Faddle ist hier vorbei ich habe vielleicht die Hoffnung dass der vielleicht ein bisschen langsamer sein könnte ah leih aber das kostet Zeit was die hier gerade gemacht haben ja ich kann mich jetzt mal ein bisschen absetzen endlich ja ich glaube nicht obwohl Faddle jetzt attackiert den Esteban Ocon dann fahre ich hier lieber langsamer durch und die Seite sind da wirklich Seite an Seite die beiden nebenbei die sind immer noch Seite an Seite das kostet dort Zeit hoffentlich und Faddle ist immer noch Seite an Seite mit Ocon das könnte mir vielleicht endlich mal die Gelegenheit bringen etwas abzuhauen jetzt hier mal nicht verbremden oh die sind immer noch Seite an Seite ah macht da gerne weiter ihr Jungs da ich habe da auch überhaupt gar nicht dagegen aber ist aufs Gras gekommen Ocon hat sich leider aber durchgesetzt das war aber fast abzusehen oh oh ja schon ist hier dran oh nein nein die Kurve kriege ich wohl jetzt nicht mehr kein einziges Mal o deja aber ich glaube wirklich aber ist aber das Wetter sieht irgendwie nicht so ganz kur же aus äh regnet das? oder das habe ich's grad ist Sadden. Es ist auch immer dunkel. Ieehuhn. Ich kann hier wieder was innen rein versuchen... OOOK OF D satisfaction! Jetzt ist er nicht schneller, es ist trotzdem. Mit dem Zusoter kann ich mich nicht mehr annähernd mithalten. Das liegt daran, dass wir uns natürlich überwiegend be-betteln. Jetzt geht es gleich wieder los... Sadden muss attackieren hinten... Ja diesmal nicht. Ja, aber die KI ist hier wirklich sehr stark, hab das wohl in Erinnerung auch. Aber mit Hard, deswegen wollte ich wohl mit Medium starten. Mit Hard wär ich jetzt über alle Berge, also da wär ich überhaupt Kopfkrotten langsam jetzt. Ich meine, zu Nutter kann ich mir so wegfahren, mit Leifen und Reifen. Wenn ich erstmal die Härteren hätte, wie wär das dann erstmal? Die werde ich dann am Ende sowieso haben, aber das hat nie einen Reifen Nachteil, würde ich sagen. Gegen zu Nutter dann immerhin. Zwar auch kein Vorteil an Reifen, aber auch kein Nachteil zumindest. Jetzt mal viele Freifahren einfach. Aber nach 5 Runden 6 Sekunden ist schon viel. Eigentlich, dass ich mich überhaupt auf 12 halte, aber 12. bin ich? Ich dachte die ganze Zeit 14. Ja, das ist schon mal ein Reifen Nachteil. Ich meine, ich habe mal diese Kurve jetzt wieder getroffen. Perfekt. Ich gucke mal ein bisschen. Ah, da will ich den Windfahrten suchen. Das mache ich mal ein bisschen hier rechts links. Um den Windfahrten zu treffen, das DS zu treffen, aber ja. Es wird das gleiche Beefen immer wieder sein. Und dann werde ich wieder aggressiv was versuchen. Ich muss was aggressiv versuchen. Und ich versuche es aggressiv. Und es reicht wieder. Und Alonso in Runde 5 kommt die ersten schon in die Box. Was? Na ja, 19% bei Mediums nach 5, nach 6 Runden. Na gut, das ist schon nicht ganz wenig, aber... Oh, oh, ah, ich habe wieder hier einen kleinen Fehler gemacht. Zu weit raus. Ist mir egal. Virtuell könnte ich trotzdem mal heute Punkte holen, weil ich wieder hoffentlich zumindest eine 1 Stop mache. Alter, nein. Oh, das war eine Berührung. Na, ich weiß nicht. Oh, oh, ich weiß nicht, wo bremsen. Das war sogar sehr gut gebremst. Aus und Weise mal. Oh, wir sind 7. Wie waren denn in der Box? Ich dachte, es wäre nur Alonso drin gewesen, aber es waren ja gleich hier massenhaft. Wir sind 7 auf einmal. Ja, gut, nimmt mal mit, ne? Nimmt mal mit. Zu nur da ist so ein Kandidat, der auf jeden Fall heute eine 1 Stop machen wird auch. Der ist so mein Konkurrent um Best of the West wahrscheinlich. Bis jetzt. Bis jetzt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,9 Sekunden. Ah, war vielleicht sogar diesmal zu vorsichtig dadurch. Macht aber auch nichts. Ja, komm. Hauptsache Spaß. Ich meine, im Mola, was ich glaube als nächstes kommt, da läuft es wieder besser, weil ich die Trecker auch kenne schon. Mit dem Auto auch kenne ich die schon. Und ist ja sogar noch ein besseres Auto. Ah, jetzt könnte er vorbei sein, jetzt wird er, oder? Obwohl. Nicht zu spät bremsen, nicht zu spät bremsen. Oh, ganz eng. Oh ja, das war jetzt nicht zu gut. Aber habt ihr das DRS nochmal. Und dann habt ihr den besten Motor im Feld nebenbei. Aber weit rausgekommen leider. Ja, wird es trotzdem gewesen sein leider. Oder mit DRS bis am Motor. Direkt 11,8 Sekunden. Ah ne, leider nicht. Ah, ich werde trotzdem nochmal dranbleiben. Mein Motor ist ganz gut. Ich werde nochmal schön dranbleiben. Das ist noch nicht verloren. Solange ich noch im DR-Sensor bin, ist noch nicht verloren. Ja, aber jetzt zieht er mir weg. Das ist so beim irgendwie keine Ahnung. Beim rausbefeindigen zieht er mir einfach weg. Beim Anbremsen kann ich da immer wieder was machen. Hier auch. Oh, das war ein kleiner Fehler jetzt. Ah, ob ich da im DRS hinterbleibe, bevor hier jetzt das kommt. Weiß ich noch nicht. Vielleicht hätte ich die KI doch ein bisschen auf 85 wieder runterballern sollen. Ja, der zieht mir hier weg, Alter. Obwohl ich hier von Vollgas fast gebe. Jetzt habe ich die Person an Ucon, würde ich sagen, verschenkt auch. Ah, aber voll. Ah, die KI habe ich schon in Erinnerung. Die ist hier sehr stark. Die ist zu stark. Ein grün aber, oder gelb? Ist er gelb? Ah, leider nicht, oder? Verstabend ist draußen! Das ist nicht schlecht. Also ich meine, der war vor uns. Jetzt hinter uns grad, aber... Ah, es wird Vettel mit hart vorbeikommen, Alter. Wie dumm ist das denn jetzt? Ja, Windfahrten hängen. Jetzt werde ich aber ein bisschen aggressiver sein. So. Jetzt bin ich aggressiver und das war zu aggressiv. Da habe ich wieder mal viel zu spiel gebremst. Aha. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt werde ich hier durchgereift. Sollte ich vielleicht doch eine Zweistung machen, zweimal Softs. Um dann die besten Reifen zu haben, mit Medium. Obwohl... Bin diesmal näher dran an Vettel, als dann Ocon. Denn mein Motor ist der beste Motor, den sie hier im Feld ist im Moment. Aber... Die Gerad ist leider zu kurz. Hat trotzdem aber dafür die härteren Reifen. Vielleicht... Kann ich ja irgendwas noch machen mit ihm. Ocon hat nur die harten. Äh, die Medium halt, hat er. Ah, ist besser rausbefleunigen vielleicht? Ja, geht... Oh! Oh! Das ist nicht schlecht. Da wurde mitgeteilt, dass der Safety Car draußen ist. Das ist nicht schlecht. Da wurde ein Problem mit mehreren stehenden Autos auf dem Weg. Es sind zwei Trau... Es sind zwei Trau... Es sind zwei Trau... Aber das ist nicht schlecht. Aber das ist nicht schlecht. Ja, die Frage, die Mediums, wie sehen die aus überhaupt? Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Ja, ja. Das werde ich machen. Ich werde es erfahren. Faddle wird glaube ich noch nicht auf die Weifachen gehen. Der wird draußen bleiben. Aber Ocon habe ich doch befürchtet, der wird auch reinkommen, leider. Aber dafür bin ich wieder an allen dran. Das ist nicht schlecht, der Safety Car. Das gefällt mir sogar richtig gut. Aber 29 ist noch nicht für alt gereicht. Aber ey, den Safety Car muss man ausnutzen. Also das ist halt ein bisschen mit Glück jetzt gerade. Hätte ich vielleicht doch mit Soft lieber fahren sollen. Dann hätte ich das schön ausnutzen können. Wir sollten ahnen, dass ein Safety Car wieder kommt. Gut, damit muss man vielleicht sogar ahnen. Aber trotzdem. Aber Faddle wird glaube ich nicht rein. Ich meine, wenn er reinkommt, muss er auf Mediums mindestens. Und die Mediums 20 Runden, die halten niemals. Also, der wird draußen bleiben einfach. Der macht seine ursprüngliche Strategie denke ich. Jetzt die Frage. Was machen Tsunoda und Ocon? Ich glaube die kommen beide rein. Oder Tsunoda? Nein, Tsunoda fährt weiter. Tsunoda fährt weiter. Dann wird das hier Ocon jetzt auch machen. Na gut, ich bin Frühführer jetzt schon auf Hard. Aber versuchen. Ocon wird auch weiter. Ey komm, dann machen wir es. Risiko halt. Dann gehen wir jetzt auf Risiko. Und fahren jetzt einfach in die Box auf Hard. Dann fahren wir. Ja, ist da Flügelschaden. Ja, wenn, dann sollen die den wechseln. Ist mir egal. Wenn die den wechseln. Ist mir egal, der ist heftig. Ist ja nicht schlimm dann. Ich kann nur da mal gucken, wie lang die fahren fährt und so mit Hard. Wie lang das dann so geht. 20 Runden müsste ich. Ah, die wechseln aber sowieso, weil kein Schaden ist. So auf Hard. Ich hätte auch hier zweimal Soft. Naja. Losfahren. Ne, komm. Das ist nicht schlecht. Das ist das Beste, was ich gerade machen kann einfach. Ich meine. Es könnte jetzt in vielen Fällen sein, wenn der Hard am Ende zu blöd ist. Oder wenn es jetzt anfängt zu regnen, weil es so bewirkt ist. Dann hätte ich wohl ganz schön ins Klo gegriffen. Gerade. Aber hey komm. Es ist ein Versuch wert. 20 Runden ist eine Menge Holz. Ich denke der Medium hätte so oder so noch länger gehalten. Ja doch. Obwohl das könnte schon gehen. 9 Runden. Mit 9 Runden. Medium. Sah der Reifen gerade mal bei gut 30%. Nummer 9 Runden sind 18 Runden bei 60%. Und das heißt der Harte hält ja nochmal länger als dann in 18 Runden. Und 20 Runden. Das sollte schon gehen denke ich. Die Frage ist wie schnell der Reifen am Ende noch ist. Aber auf jeden Fall sollte er halten zumindest. Wo sind die überhaupt jetzt hier. Ich habe schon wieder aufgefunden. Aber das muss man machen. Das Risiko muss man eingehen. Wenn man noch kein siegfähiges Auto hat. Aber wenn wir natürlich auf dem Podium standen in Bahrain aber. Ja. Das ist halt auch mit einer perfekten Strategie. Eben mit einer 1 Stop. Mit Medium Hard eben. Hat uns da den Sieg den Podiumsplatz beschert. Oh. Jetzt sind wir fast aufgeschlossen. Oh 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 oh. Ja. Kehre an deine Position zurück. Es gelten die Safety Car Regeln. Dürfen nicht überholt. Zurück an deine Position. Ich habe mir halt zu 5 bit gebremst. Aber bisher haben wir überhaupt eine Rückblende überhaupt gemacht. Nebenbei mal gefragt. Ich glaube nicht. Nach 9 Runden keine Rückblende. Wollen wir mal sehen. Ich würde das schon gerne auch über die Linie bringen wollen. Nach 10 Runden jetzt sogar schon. Na jetzt werde ich eh keine Rückblende machen müssen. Weil ich glaube in einem Safety Car werde ich wohl mit kaum jemanden kollidieren. Oder irgendeinen dummen Fehler machen. Also wenn ja dann ist es peinlich. Aber ich hoffe es mal nicht dass mir das passiert. Aber die fahren schon extrem langsam. Na also. Na also. Die wieder. Die fahren da deutlich schneller da durch. Ja mal sehen. Also der Riccardo fährt Mediums. War glaube auch schon in der Box. Also der macht auf jeden Fall einen Stopp noch. Und halt gut. Und die Hardfahrer. Wie Nissen, Nis, Hugo. Die alle Fummi sind definitiv auch. Und Mazepin. Und äh Mick. Und. Vettel vor allem. Und vor allem auch Ocon. Die mit Mediums weitergefahren sind. Na gut. Die haben natürlich dann den Reifenvorteil am Ende. Aber wenn die auch beide Hardfahrern wären. Zumindest hier Ocon und Tsunoda. Aber die haben dafür frisere Harten. Vielleicht verbinde ich es ein bisschen schneller als die mit ihren etwas abgenutzten Mediums. Und. Kommt der Safety Car rein? Ja kommt rein. Ja ich wollte gerade sagen kommt es jetzt schon rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur. Denk daran dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Ja ich wollte gerade fragen ob das Safety Car jetzt schon reinkommt. Und schon blendet es ein dass es reinkommt. Wann wir mal einen Safety Car Restart anführen werden. Wir könnten jetzt verfeindlich auf Position. Ja wir können auf Position 3 Grad sein. Weil zu Not erführt. Also alle waren in der Box jetzt auch. Haben sich frischen Reifen geholt. Und wenn ich draußen gehe mehr wäre ich jetzt dritter Grad. Aber. Dann wäre meine Strategie im Grunde im Eimer. Weil dann müsste ich noch stoppen. Die anderen hätten müssten. Ja obwohl die anderen müssten. Obwohl die müssten eigentlich auch noch. Obwohl das war jetzt vielleicht doch gar nicht so clever. Aber. Oder war es clever? Ich weiß es nicht. Das wäre eigentlich so sauernd. Naja ich habe es halt auch schon 1. Obwohl das war doch ganz gut eigentlich oder. Ich muss halt keins doch mehr machen. Die anderen müssen trockenes toppen. Also. Mal. Ich muss versuchen 3. Oh weil da. Hab ich so keine guten. Beim rausbesönigen. Oh weil ja. Die pennt will ich es nicht sagen. Ich konnte nicht rausbesönigen. Aber gut hab ich doch harte Reifen. Obwohl nicht in die Augen. Oh der Abstand zum Teamkollegen. Mit 5. 3. 5 Sekunden. Aber gegen die müsste ich jetzt hoffentlich schneller sein. Oder? Gegen die muss ich jetzt schneller sein. Gegen Nisseni. Und gegen. Schuhe. Die waren ja vorhin auch langsam was ich. Und da war ich. Na gut ich war schneller im Reifen allerdings. Ja aber ich glaube es sieht so aus. Bin glaube ich schon nicht auch dran jetzt. Vielleicht kommt dann nochmal ein Safety Car. Und da ganz spät im Rennen. Da ich nochmal auf die Softshare wechseln kann. Und dann mal Sprint machen kann. Aber ob da ein Safety Car kommt ist eine andere Frage nochmal. Oh jetzt einfach Gas geben hier. Oh ja ich bin aber schneller als Nisseni zumindest. Das auf jeden Fall. Ah ich bin dran. Ich kann sogar gegen Ricardo was machen. Wenn der sich ein bisschen schwer gegen Nisseni tut. Dann ist ja nicht verbremsen. Ja nicht. Nicht den guten Ricardo hier hinten rein brettern. Gut Raut beschleunigen. Ja hat gut geklappt. Hat gut geklappt. Jetzt wird Nisseni vielleicht der große Verlierer sein. Wenn 2 jetzt hinter ihm kommen. Ah auf jeden Fall wird Nisseni verlieren. Obwohl ich komm gar nicht so wo gefangen. Oh doch Ricardo zieht. Oh die ziehen wir weg da vorne. Oh ne. Aber jetzt ist Ricardo leider leider vorbei jetzt von. Oh. Jetzt in Switchback vielleicht. Ja. Da reicht der Traktionsvorteil einfach nicht mehr aus mit meinen frischen so harten jetzt. Oh jetzt aber vielleicht. Gut. Ah da zieht mir aber trotzdem die Biffen weg. Ah die harten Reifen da nicht. Obwohl Fiff ist ja innen rein. Ne lieber nicht. Lieber nicht jetzt. Oder Fiff hier innen rein. Ja hier innen komm. Oh. Ganz eng. Ja. Let's go. Vorbei. Die Fangs auf Ricardo ist immer noch gegeben. Der hängt jetzt hinter dem zweiten Haas fest. Überhaupt. Überhaupt hinter der ganzen Gruppe hier. Wo auch mein Teamkollege Latifi ist. Aber ich glaube der fällt ihm nicht mehr auf. Er kann sich sogar glaube ich ein bisschen absetzen von den beiden Williams. Also Latifi macht hat mich aber glaube ich sehr guter Pace finde ich. Oh ja. Oh ja. Schön da innen reingeklammert grad. Oh ja jetzt ja. Jetzt. Oh jetzt sind die langsam. Da ist meine Chance sich jetzt sogar Ricardo langsam anzugreifen. Ah weit raus dafür aber. Werf ich hier innen reinstechen einfach. Ja. 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 Oh. Okay. Ich wollte irgendwie ausweichen. Irgendwie wollte ich es hier innen auf den Körb ausweichen noch. Aber jetzt nicht so. Spielbremsen vielleicht. Und dann mache ich lieber. Und Ricardo verbremst ich sogar noch. Und das war jetzt eine ganz beschissene Linie. Weil ich halt wieder fast. Weil ich jetzt zu vorsichtig war. Eben weil ich nicht nur mal eine Kollision jetzt haben wollte. da. Die Frage ist kommt der ist vorbei Riccardo. Man weiß nicht. Aber die haben schon eine große Lücke. Was haben die gemacht. Ja jetzt kommt Riccardo mit dem Angriff zumindest. Oh da kommt. Da kracht's. Schuhe und Matzebiz ist glaube ich kollidiert. Oder hat sich so angesehen. Auch wenn keiner in die Box kommt. Aber gut. Oh ja mit DRS wird es natürlich einfacher dann. Zu überholen. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Sollte gleich einfacher sein. Da irgendwie an die. Langsam vorbei. Jetzt jetzt wieder dasselbe mit Riccardo. Ah. Soll ich wagen. Oh. Alter Riccardo lässt ja gar keinen Platz. Ich bin immer daneben. Riccardo. Der hat natürlich mit dem. Der hat natürlich den Gewippvorteil. Und dadurch bleibt er auch vorne. Also war von sehr hart von Riccardo. Ich war von daneben. Bevor wir eingelenkt haben. Richtig. Und dafür jetzt vielleicht ein bisschen noch revanchil. Oh. Oh. Gegen beide. Ne gegen beide schaffe ich leider nicht. Ging noch nicht gegen beide grad. Oh. Da kommt. Ach. Jetzt habe ich da für einen beschissenen Ausgang bekommen. Ach. Sag mal Riccardo. Ey. Wieso bremst du so? Breakfeld. Äh. Ne Quatsch. Hier. Wie sagt man dazu. Breaktestet hier. Der hat voll gebreaktestet hier grad. Ey. Brille wird ja einfach langsam. Was war denn das von Riccardo jetzt? Bleib am besten ganz außen hier. Ja. Der macht. Der macht das wieder. Aber diesmal. Mann. Riccardo. Was ist mit Riccardo heute los hier? Wenn man zu weit hinten fährt. Da kann ich mir fuchten. Dass man dann verzweifelt ist. Und alles versucht. Aber trotzdem. Solange Riccardo da noch feststeckt. Kann mir das egal sein. Ob ich noch dahinter bin. Jetzt einfach Gas gehen mal. Mit den Harten ist das nicht leicht. Aber hab das DS zumindest jetzt auch. Außer der Führende der Gruppe. Aber der Tiefel hat eine gute Pace. Der setzt sich ja komplett ab. Von den beiden Williams. Oh. Jetzt kann ein Angriff von Riccardo kommen. Und es wird ein Angriff kommen. Der kommt er. Ah. Kollidiert die beiden. Ruhig. Habt ihr auch nichts dagegen. Oder kostet euch Zeit. Ach. Riccardo setzt sich leider durch. Schade. Trotzdem wird es langsam. Und ich kann vielleicht. Oh. Die sind immer noch zwei nebeneinander. Oh. Weit raus. Oh. Zwei nebeneinander jetzt. Und. Oh. Oh. Das geht jetzt ab. Oh. Zu dreht. Die sind zu dreht nebeneinander. Oh. Und Riccardo schnappt sich beide. Oder was. Alter. Was hat denn der jetzt für einen Move gemacht. Aber jetzt reifst du mir hier langsam mal. Zumindest den Harts schnappen. Vielleicht auch noch den Williams. Beide gleich auf einen Streich. Oh. Wir sind jetzt zu viert. Oh. Jetzt einfach Gas geben. Oh. Der Williams setzt sich durch. Vorerst. Aber. Das muss. Oh nein. Ich muss vom Gas gehen. Alter. Jetzt beide Fleffnappen. Fleff beide hier. In dieser Kurve. Oh. Viel zu spät eigentlich gebremst. Aber ja. Gut. Ist egal. Ich schätze. Wir verwenden wir durch gegen beide. Let's go. Ja. Das ist aber wichtig. Ah. Jetzt hier vielleicht gegen Riccardo mal noch was ausrichten. Na ja. Obwohl der hat Medium halt. Der hat leider die Mediums. Da werde ich wahrscheinlich weniger ausrichten können. Oder wenn ich das DS hab. Und bis jetzt hätte ich es auf jeden Fall noch. Bis jetzt. Bis jetzt. Und die Grad ist lang. Und ich glaube. Auf dem DS wird so bleiben. Dass ich das hab. Beim Messpunkt. Denn da. Ist halt der Messpunkt. Und ich bin dran. Kann ich mich hier sogar aus eigener Kraft mal überholen. Ich bin nah dran. Alter. Ich bin wirklich richtig nah dran. Und hab das gleich das DS. Und die Grad ist lang. Aber ich glaub jetzt muss es noch nicht reichen. Aber ich hab jetzt gleich das DS hier. Mein Renault Motor ist sau schnell. Seid sau gut. Jetzt nicht verbremsen. Nicht verbremsen. Nicht verbremsen. Oh ja. Jetzt schön innen fahren. Ich bin halt. Wir sind ja wirklich trotzdem meilenweit schneller als Mick und so. Aber jetzt kann sich das doch weg absichern. Latifi macht ein starkes Rennen. Aber fährt halt auch mit Hart. Und Hart hat noch gar nicht gestoppt. Aber wir sind 15. Also Punkte können halt schon noch drin sein. Ja. Aber ich hab heute gar nicht schon eine schlechte Pace mit den Harten. Wir waren die Mediums einfach nur nicht so meins. Weil ich kann hier mit dem Riccardo sogar Mick mithalten. Bis jetzt noch. Und ich hab die Harten. Ich hab jetzt die härtere Mischung. Hier funktioniert der Harte auch einfach besser. Als der Medium hier auf dieser Strecke. Weil Riccardo. Jetzt bin ich schneller als Riccardo mit dem eben härteren Reifen. Vorhin waren auch Ocon schneller. Ah ne gut. Mit demselben Reifen war Vettel schneller als ich. Mit eben auch dem härteren Reifen da. Also irgendwie scheint vielleicht der Medium hier nicht so gut zu funktionieren. Aber jetzt muss ich doch ein bisschen abreißen lassen. Aber gut. Ich hab immer noch die Harten. Und Riccardo hat ein schnelleres Auto deutlich noch. Aber dafür, dass ich ihn ungefähr eine Runde noch am Pelz hängen konnte. Ist klasse. Aber ich bin immer noch ein DRS-Fanser nebenbei. Noch bin es. Noch. Oh. Jetzt hab ich die Kurve verpennt. Bin trotzdem. Bin trotzdem. Ich bin glaube trotzdem noch im DRS-Fanser geblieben. Aber. Ich hab jetzt gequatscht und hab die Kurve verpasst. Habe das DRS. Ich bin zwar über eine Sekunde jetzt. Aber ich glaube es waren trotzdem beim Messpunkt noch unter einer Sekunde. Ja. Ich war noch unter einer Sekunde. Aber trotzdem war da jetzt viel Furchtung. Durch mein dummes Verbremser. Aber trotzdem. Aber Latifi ist da ja noch. Oh. Wir haben schnell auf Latifi zugeschlossen. Aufgeschlossen. Ey. Jetzt kommen mal der ersten Martin der Erste. Und der Alpha Romeo. Ey. Wir haben schnell aufgeschlossen auf Latifi. Der war ja weit weg. Der ist immer noch. Also wir sind schon weit weg von Schumacher. Also. Jetzt kommen die alle rein. Sind wir 13 davor erst. Keine Sorgen. Wir werden noch weiter vorkommen. Da waren noch einige. Nicht beim entweder ersten Stopp. Oder eben äh. Schon beim zweiten dann. Aber die fahren lange. Also. Wir fahren die sogar mit Softs am Ende durch. Der Ocon und dort zu Not. Dann hätten wir wirklich ein Problem. So können wir vielleicht auch vorstellen. Könnte wir irgendwas noch in Richtung machen. Oh. Fast verbremst. Ah. Jetzt muss ich weit rausfahren. Mal sehen. Ich bin schneller als mein Teamkollege. Auf jeden Fall. Vielleicht kann er ja noch mal Teamkollege. Jetzt ein bisschen Schütze. Vielleicht. Und Riccardo etwas aufhalten. In diesem kurvigen Teil. Also. Vielleicht. Obwohl. Doch. Der hält ihn gut auf. Der hält den. Riccardo schön auf. Ich komme da auch jetzt nochmal näher. Zumindest. Aber habe keinen DRS glaube ich. Leider. Oder habe ich. Obwohl. Doch habe ich. Ich habe das DRS sogar. Aber Riccardo auch. Der wird glaube ich. easy vorbei an Latifi kommen. Fertig. Oder? Oder Latifi könnte er verteidigen. Kann er verteidigen. Obwohl. Wird das was mit Latifi? Kann er sie verteidigen? Er wird bestimmt verteidigen. Ja. Er verteidigt. Er verteidigt sich in Seite und Seite. Latifi verteidigt. Oh nein. Nein. Viel zu spät gebremst eigentlich. Und Latifi bleibt vorne. Der hält den Riccardo schön auf. Jetzt macht die Latifi mal auf Schützenhilfe für mich hier. Oh. Die beiden fahren sogar. Oh. Die fahren sogar beide in die Box. Jetzt fahre ich. Ja. Weil das hat mich jetzt gerade irritiert. Ein bisschen. Dass die da rein kamen. Oh. Alter. Wir sind vor dem Mercedes. Wir sind einfach vor dem Mercedes. Wir sind virtuell gerade fünfter eigentlich. Eigentlich. Aber Hamilton hat das Mediums. Und zu Nota fährt hart? Ach ja. Der muss ja hart. Stimmt ja. Ich habe es gedacht. Der war einer derjenigen. Der hart fuhr auch schon am Anfang. Aber der hat ja auch Mediums gehabt. Aber Hamilton wird kaum zu halten sein. Ich meine. Der hat Mediums jetzt. Frische Mediums. Meine harten sind ja schon. Uralt fast schon. Eigentlich. Ah. Obwohl die sehen auch ganz gut aus eigentlich. 23 Prozent. Also eigentlich müsste es ja easy halten. Aber Hamilton ist ja jetzt schon voll dran. Der ist ja auch richtig dran. Oh. Der wird hier. Ja. Weil ich habe einen Fehler. Obwohl. Hier kommt er noch nicht vorbei. Nee. Ha. Vielleicht kann ich ihm ein bisschen eine schwere Zeit geben noch. Aber zu nur. Das wird auch viel schneller sein. Auf jeden Fall. Trotzdem möchte ich um jede Position hier kämpfen. Oh oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Da muss ich Platz lassen. Irgendwie. hier. Oh. Jetzt wird aber easy vorbeikommen. Natürlich. Hat das DS. Klar. Wird hier sogar schon vorbeikommen. Alter. Leckeres Mute. Aber mach das mal nur. Aber mein. Mein Top Speed ist super. Guck mal. Mein Top Speed ist besser. Jetzt kommt zwar das DS dazu. Aber trotzdem ist mein Top Speed besser gewesen. Und ich kann vielleicht sogar nochmal kontern jetzt. Wenn ich aggressiv da hin rein. Oh nein 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 nein. Nein 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 nein. Das war ja viel zu spät. Alter. Was mache ich denn hier? Ja. Ich bremse hier halt zu spät. Das ist mein Problem. Kann ich den Science aber noch kriegen? Oder den wir klauen? Ich glaube nicht. Nee nee nee. Also den verrasche ich schon. Aber den wir klauen nicht. Oh oh oh. Das könnte jetzt knapp werden. Oh oh. Oh das. Oh Hamilton ist da. Oh. Das hätte aber krachen können mit Noahs. Das. Das gucken wir uns mal kurz an. Die erste. Die nicht rückblende. Das wäre auch die zweite rückblende. Aber. Mal kurz hier nur. Ach. Hi Carlos. Das war ganz knapp hier. Mit Hamilton. Oh oh. Oh ja. Oh ja. Wenn Hamilton da nicht auch gepasst hätte hätte das sowas von gekracht. Aber mal gewaltig. Das. Das hätte mir egal sein können. Also. Wären zwei geschenkte Potionen. Das hätte ich auch gerne genommen dann. Aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen. Punkte sind es doch easy schon. Wenn ich bin fünfter. Vielleicht kann da noch. Okay. Der Claire kann da noch kommen. Und der Tsunoda sowieso. Ja gut. Es sind viele hinter mir jetzt. Die auch sehr eng beisammen sind. Aber. Trotzdem. Es sind nur noch in Anführungszeichen elf Runden. Nur noch. Eigentlich. Eigentlich nur noch. Und ich denke mein Topspeed sollte auch noch besser sein als der von Alpha Tauri dann. Und der Reifenvorteil ist bei Tsunoda auch nicht da. Das DS ist vielleicht nur der Vorteil am Ende. Aber hey komm. Hauptsache Punkte. Wenn es auch nur einer wird. Aber dass ich es beim Selbstzicker auf jeden Fall gestoppt habe war schon die richtige Wahl. Ich meine. Ich bin jetzt Fortunoda. Der vorhin 6 Sekunden vor mir war. Bevor das Selbstzicker kam. Also das war schon definitiv der richtige Teil. Das richtige was ich da gemacht habe. Vielleicht duellieren sich jetzt auch Tsunoda und Leclerc ein bisschen. Tsunoda hatte noch nicht das der ist auf mich. Und Leclerc hat es auf Tsunoda. Könnte gut sein für ihn. Für Tual. Jetzt bremst ich mal richtig. Aber vielleicht wieder zu zeitig. Aber gut. Lieber zu zeitig als zu spät. So sag ich es mal. So nenn ich es mal einfach auch. Ich kann nicht dem Tsunoda noch ein bisschen eine schwere Zeit geben jetzt. Mal hier bin ich ein bisschen schneller habe ich das Gefühl. In dieser lang gezogenen Rechtskurve. Mal sehen wie lange ich ihn halten kann. Ich glaube langsam fast. Es ist nicht zu halten. Die beiden. Überhaupt verfeindlich. Da kommt dann noch eine ganz große Gruppe mit Gasly und dahinter noch der Ferrari und die beiden Alpines. Obwohl die Alpines die könnte man noch besser halten vielleicht. Das könnten nur die letzten Punkte Platzierung sein. Noch also. Ja jetzt einfach Gas geben hier. Aber wir werden kaum zu halten sein wofeindlich. Oder. Oh weit raus wieder. Fett 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 fett. Oh jetzt kommen drei. Oh nein. Oh nein 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 nein. Das kracht zwischen Leclerc und Tsunoda. Das würde mich jetzt nicht wundern, wenn da einer Schaden der beiden hätte Ah, zu nur der Schaden Das sieht man jetzt schon Ja, das gucke ich mir nochmal an, weil es halt nicht so gelaufen ist Gucke ich mir nochmal an Ah, da Leclerc, ah, Leclerc Äh, mal von dieser Sicht Leclerc war da Ich würde sagen, so tritt praktisch Ich wollte versuchen, dem Leclerc platt zu lassen Und dann hat der mit sich Er ist auf den Körb gekommen Hat dann ja so einen Schlenker gehabt Und hat dabei zu Not das Frontflugenehmig an Beschädigt, oder? Ah, gut, sehen tut man wieder nicht, aber auf jeden Fall haben sie sich berührt Und daher, ja, hat auf jeden Fall Schaden, wie man sieht, ist da so weit weggezogen jetzt Und würde ich sagen, dass ein Schaden hat Tee, mir leid, tut mir zu Not, aber gut, einer weniger jetzt Oh, oh, ich muss trotzdem auf all der Der ist schon aggressiv, oh, nee, verteidige lieber nicht Verteidige lieber nicht Außen kann man auch eine ganz gute Chance haben Aber mit Mädels vielleicht auch nicht unbedingt Wollte versuchen, nochmal dagegen zu halten, vielleicht, aber mit DRS könnte ich was machen, während wirklich zu Nota in die Box fährt Hat das DRS zwar, aber da wird nichts zu machen sein, leider War eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Leclerc vorbeikommt Oh, da kommt Gassi jetzt außen Was soll ich dann vorbeilassen, dann wird das ein starker sechster Platz von ihm Ja, aber trotzdem, solange ich noch halten die Position kann, soll aber da hinter mir vor mir bleiben Gutes Tempo, aber denk mal, dass die Reifen bis zum Schluss durchschalten müssen Hauptsache ist Wall Oh, jetzt muss ich gegen Garzy, oh, wieder verbremst, oh man Ach, man, jetzt habe ich die Position voll fake geschenkt Wenn ich jetzt dranbleiben, ah, nee, ich kann nicht dranbleiben, also die Harten sind zu schlecht Jetzt Ah, jetzt mache ich nur noch Fehler Jetzt kommt der Leclerc, das seins auch noch Aber das kann er mal vergessen jetzt Also das kann der Charlie jedes Mal Und da gibt es eine Berührung Aber gut, das soll mir recht sein Pfiff hat der Alpine, ist ohne einen Schaden Ich werde Ihnen jetzt gerade nicht klar Ich habe jetzt viel zu spiel eingelenkt Hab damit eigentlich fast schon, als ob er ihn vorbeigelassen hätte Haben wir halt nur mit aller Gewalt versucht vorbeizuquetschen Während es einfach gut aufgepasst hat Und dann, äh, ja, gibt es hier eine Kollision Vielleicht hat der Ocon, oder wer das ist? Ne, Alonso ist das, Pfiff auch Schaden, das wäre ja ganz hilfreich Das wäre jetzt auch nicht ganz so meine Schuld Also ich habe mich nochmal mit aller Gewalt versucht vorbeizuquetschen, aber Trotz alledem Ich glaube, der hat leider in dem, oder hat er Schaden, obwohl Ich kann das nicht so beurteilen jetzt gerade Obwohl ich glaube, der hat aber Schaden, oder? Währends seins jetzt easy vorbeikommen wird Da ist nichts zu machen Auf der Geraden geht da nichts Auf der Geraden geht da nichts Da kann, obwohl kann ich wieder spät versuchen zu bremsen Aber feindlich, oder? Ich kann es ja suchen, ich kann es ja suchen Oh, ihm wenig Platz lassen zum Einlenken Aber trotzdem ist es zu spät wieder Und dann wird seins jetzt vorbeikommen Ja, sogar Kollision leider verursacht Vorsicht beim Überholen Das war zu riskant Du hättest eine Strafe kassieren können Das ist mir schon klar Während Ocon, Alonso wirklich in die Box fährt Also hat er sich wirklich Schaden gehabt Ja gut, äh, beide Male war ich beteiligt Aber ich finde beides mal keine Schuld Weil immer sich jemand anderes dann berührt hat Kann ich es vielleicht gegen den Sainz noch irgendwas machen? Auch einen achten Platz würde ich mit ihm Aber das sind immer noch so viele Und Vettel oder mit Medis nebenbei Gut, Vettel wäre immer noch auf 10 Das wäre immer nur ein Punkt Und das ist sogar... Ah, das Swallow ist auch noch dahinter Leider, ah... Mit Platz 8 wäre ich schon ziemlich zufrieden Letzten Endes Das war auch nur riskant Ich hätte vielleicht doch die andere Strategie mahnt sollen einfach Aber dann hätte sich gar nicht mehr was funktioniert, oder? Einfach irgendwie diesen Platz halten Der OL-Pein sollte jetzt nicht so schnell sein Habt du mir jetzt zweimal grüne Zeit nochmal gefahren Hier in den beiden Sektoren Das heißt, so schlecht bin ich jetzt hier gerade nicht gefahren In diese Runde Aber trotzdem, guck mal, wie die nicht mehr ran fahren können Bleiben können Mein Ocon hat fährt okay Der hat die Mediens jetzt, aber Ocon hat sich die harten Auch Am Auto Oh, ich muss verteidigen Muss ich verteidigen? Ich verteidige lieber Bevor hier wieder der Ocon das macht Oh, Alter, der bremst sich viel später Aber nur, weil ich mich jetzt nicht verbremsen will Ja, solange ich hier das gut mache, ist alles gut Ja, ich hab da keinen guten Ausgang bekommen, da ist der Panucon Aber komm, Platz 8 Das wäre ein mega Erfolg Darf ich mir das von Platz 18 mal vorstellen Platz 18 Na gut, von Platz 17, weil ich was halt gewünscht drauf hatte Aber für den Platz 18 Und wer hat das Vettel aber vorbei, leider Das wird vielleicht nicht mehr Das wird vielleicht nicht mehr Oder Kann Ocon was der Gegner machen? Kann er? Ja, ich hätte das von Ocon lieber hinter mir Ganz ehrlich Weil der halt, die Die sind immer noch nebeneinander Die sind immer noch nebeneinander Oh, das ist spannend Wenn die kollidieren Dann lache ich mich aber jetzt eins Oh, die sind immer noch nebeneinander Alter, die sind ja fast schon die ganze Runde jetzt nebeneinander Die sind immer noch nebeneinander Die ganze Runde Alter, die sind immer noch nebeneinander Man könnte mir trotzdem gut folgen, weil ich zu beschissen fahre anscheinend Die alle, die sind immer noch nebeneinander Die, die ganze Runde geht das jetzt von so Und Ocon setzt sich zum Glück durch Gab's da sogar ne Berührung Da sah jetzt ganz komisch aus grad BWF UNO zu beschissen grad gefahren Weil ich hier nur im Rückspiegel guckte, was die ja machen Was haben die gemacht also Jetzt war's, wurde's eng mit Vetteln auch Oh ja, es gab ne Berührung, ne leichte Und die sind immer noch nebeneinander nebenbei Zu schräg Aber da gab's ne Berührung, ne leichte Ah, hat das Vettels Flügel etwas beschädigt vielleicht Oh, bei mir raucht's da grad ein bisschen Aber ich glaub das ist nicht der Ansatz, hoffe ich Das war glaub ich nur ein bisschen Staub, plötzlich Das aber, dass die sich gut duellieren Ist mir hilfreich, dass ich jetzt Die sind aus dem DS-Fans nebenbei Während Vettel sich leider doch durchgesetzt hat Die sind immer nebeneinander, als ob die immer noch nebeneinander waren grad Jetzt die Frage Wer hat sich das DS von den beiden abgestaubt Wenn das Ocon ist, dann hat Vettels Flügel komplett mal in die Tonne gekloppt grad Äh, ich glaub Ocon hat das Ocon hat das DS abgestaubt, oder? Oder Ocon? Stimmt's? Hat sich Ocon? Ja, Ocon hat sich's abgestaubt Das geht jetzt gleich in Teil nochmal 3 oder so Ja, sehr gut Macht dann weiter ihr Jungs Habt dann nichts dagegen Wenn ihr euch duelliert hier schön Dann lach ich mir bei 1 Feuchtchen Gassi macht ein starkes Rennen auf Platz 6 Muss man sagen Die sind immer noch nebeneinander, was machen die? Als ob die hier immer noch nebeneinander sind Oder waren Oh, jetzt geht sich Ocon ab Jetzt mischt sich Twall auch noch ein Und Ocon jetzt machen's Twall und Ocon das Und Vettel kann sich jetzt absetzen Ah, gefällt mir aber nicht, Ocon hätte ich schon lieber auf hinter mir jetzt Gegen einen Vettel mit Mediums ist nicht zu spaßen Also die duellieren sich jetzt wirklich Ocon ist Twall Ja Ich merk's schon Langsam und wieder verbremst natürlich Wieso übel? Schal ich mal hier ein bisschen weit Um nicht so sehr viel Zeit zu verlieren Damit ich nicht so auf den Körb komm hier grad auch Ich kann ja auch nicht so schnell durch irgendwie Mit dem Folgeabgehöten Auto macht das jetzt auch Mehr Spaß dann Mal hier auch zu fahren Oh, oh Scheiße, jetzt sind wir wieder so geschließen Das Zettel dran Wird aber fein nicht sogar kaum zu halten sein Obwohl er ist nicht sehr nah dran Allerdings Er ist nicht wirklich nah dran zumindest Und die Gerade ist ja nicht komplett mit DRS Die ist ja erst ab Das DRS ist erst ab Hier Ab diesem Messpunkt Und da sollte Vettel keine Chance haben vorbeizukommen Oder Ah ne, ne, ich kann hier bremsen Vettel bremst viel Später natürlich Kann er ja auch mit seinem Mediums Oh, jetzt ist Vettel immer noch dran Oh, jetzt hab ich ihm fast so wenig Platz gelassen Oh, es war kein Absicht Oh, jetzt muss ich richtig Platz lassen Da hab ich Da hab ich jetzt nicht gerechnet, dass er sich noch mal daneben setzt Aber man zieht's ja auch gleich Achtung Hier, Vettel kommt zu nachher Ja, das hab ich ihm zu wenig Platz gelassen Da haben wir uns verhakt Ist aber nicht passiert Ich mein, hier war ich ja schon Ich hab damit nicht gerechnet, dass Vettel da noch ist Aber da hat sich vielleicht den Frommflügel Schaden Ja, er hat Frommflügel Schaden Aber die Frage ist, spürt er den? Das werde ich vielleicht merken, ob er langsamer ist Ja, auf der Geraden auf jeden Fall noch nicht Da merkt man den nicht Jetzt wird man's merken Ich bin dieser langgezogenen Rechtskurve Ah, ich glaube, er hat Oh, ich bin von weggerutscht wieder Aber ich glaube, er hat keinen Schaden, ne Und er hat Schaden, aber keinen, den man merkt Oh, es sind immer noch 5 Runden Wie soll ich das da aushalten? Mit dem medienbereichten Vettel Aber 12 Lagen wär wichtig Mein Rival ja Dass der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,4 Sekunden Oh, ja Wieder mal Fynn verbremt Und die fallen immer noch Seite, Seite Ich falle mal hier Kampflinie Gegen Sepp Oh, Alter, ob der jetzt hier außen fast was machen kann noch Oh, Alter Trotzdem, mit Platz 8 wäre ich zufrieden Wieder die 1 Stop halt Die das dann, also Punkte sollten es fast schon werden, muss ich ganz ehrlich sagen Langsam bin ich dafür optimistisch Je mehr Runden vergehen Bin ich umso optimistischer, dass es wenigstens Punkte werden Wenn auch nicht vielleicht dieser 8. Platz am Ende Oh, jetzt wird der Vettel vorbeikommen, schätze ich Ich werde versuchen jetzt zickzack zu fahren, ein bisschen Ja, zickzack nicht, aber so ein bisschen Wind fahren zu brechen Ja, kein Problem Keine Fangs Keine Ups Das war jetzt keine Absicht Das kommt mir auch mal gleich an Oder mach ich jetzt für Vettel mal Rückblende, weil das Ja, ich Man muss da vom Vettel sich mal sehen Der zieht sich da ran, natürlich Ja Ich bin natürlich rüber gezogen, aber der kam da so schnell an Und war auf jeden Fall kein Absicht, aber ich lasse es trotzdem mal einfach Und ich werde so dahinter jetzt einfach bleiben Okay, der hat Schaden, der hat Schaden Okay Der hat auf jeden Fall Schaden jetzt der Vettel Langsam da durch jetzt Der hat Schaden, das merkt man Das sieht man Gut, das tut mir jetzt leid für ihn natürlich Vor allem weil Vettel ist Ich meine Vettel Ah, er wird in die Box biegen Ja, tut er Tut mir leid für ihn Und Ocon nebenbei Und Fett Gas Äh, und Stroll sind da Ah, passiert Ich meine Ich wusste nicht wo er hin wollte Ich hab War so ein bisschen mittel Ich bin so ein bisschen mittig gefahren Und ich wusste jetzt nicht wo er da hin will Ob nach außen oder nach innen Und dann dachte ich er will nach innen, weil innen ist ja immer die schönere Bahn Und dann bin ich nach links gezogen halt Und dann Der ist mit so viel Speed angekommen, dass ich nicht mehr zurückstecken konnte so schnell Oh oh Ach ja, diese Kurve Diese heimtückische Ah, komm aber gegen Ocon wieder Es soll es machbar sein Da irgendwas zu machen, zu reisen Gegen den guten Esteban Vor allem weil diese Runde sollte ich noch keine Gefahr von hinten bekommen jetzt Da ist er noch zu weit weg würde ich sagen Vielleicht duellieren die sich ja so lange noch Ich könnte sogar langsam mal mehr, weniger Benzin rein machen, oder? Irgendwie ist das langsam zu viel Aber gut wegen dem Safety kann das jetzt so sein, allerdings So auf jeden Fall jetzt Hat auf jeden Fall Ocon kein DS Schwoll könnte angreifen Gleich Wenn er wollen würde Aber ich glaube er wird es nicht schaffen Er bremst nicht viel später als ich es kann, aber gut Ist egal, es sind gleich nur drei Runden Also ein ganz schön langes Rennen Gefühlt Ja, Ocon kommt jetzt nicht zu hoch heran, finde ich, oder? Aber die Harten sind jetzt schon oben am Ende Also 50% jetzt von trotzdem Bei 60 werden die bestimmt noch sein Am Ende Also das war auch kein Kinderspiel am Ende Aber es musste mal ein Risiko eingehen sein Und wenn ich jetzt nicht komplett die A-Karte habe Dann sollte das rein theoretisch Auch ganz gut was mit Punkten werden Ob nun mit 4, 2 oder einem Punkt Punkte sind Punkte letztendlich Und da ist mir am Ende egal wie viel es werden Es hätten am Ende O5 werden können Aber dann habe ich so viele Fehler gemacht Und hab fast schon Gasly vor allem Und seins die Potion geschenkt Aber, ja gut, ist egal Früher oder Spieler glaub ich wirklich wären die eh vorbeigekommen Daher, ja Ist es egal eigentlich Wer und Ocon wieder drin ist, in der ist jetzt da Ah, ob der da jetzt schon eine Chance hat auf der Geraden Der ist weit weg Der ist jetzt sogar wieder über eine Sekunde Hat er sogar das DS oder hat er es nicht? Er war über die Sekunde grad weg Hat er das, war das über den Messpunkt? Ich werde gleich sehen, ob der Rand fliegt an mich Ah Ah, er fliegt von ran Aber ich weiß nicht, ob das nur am Windfahrten O liegt Okay, ich muss nur noch zweimal zittern gleich Denn diese Runde ist die Geschichte entgültig Hab da auch die beiden Alpha-Romeos drin Ich denke, die sind alle Peter von Con auch Sind die alle mit Softs glaub ich Er mit, äh Quatsch mit Mediums Aber dafür ist mein Teamkollege auf dem Sensationen Platz Der ist 12. oder so Oder 13. Stark Naja, gut, aber jetzt nicht mehr Jetzt wird er von den Williams oder Alpine überholt Wahrscheinlich von Alonso, oder? Ja gut, da sind noch viele hinter ihm Das wird wahrscheinlich nichts mit diesem Blatt Aber er ist trotzdem stark unterwegs, finde ich Okay, und wir sind auch stark unterwegs, aber Ob das so zu Ende geht, ist die Frage Viertel letztes Akku, fierteln wir schon jetzt runter, weil er bestimmt die Softs drauf hat Sie haben noch Benzin für etwa vier Runden Eine Tausendstel war ich grad schneller in diesem Sektor nebenbei Sie haben auch nicht sehr oft, dass es eine Tausendstel Unterschied ist Ah, ist hier mal ganz gut durch Und hier ganz gut durch Einigermaßen Um ihm gar nicht erst so die Gelegenheit zu geben, da vorbeizukommen Ja, er ist schon etwas weg grad Aber nur etwas Okay, der Abstand zur Vordermann beträgt 15,7 Sekunden Bin sie auch grad nochmal hier schneller Wo er hier ganz gut rausbefleunigen vielleicht Das hat ganz gut geklappt Sehr nah dran, also nicht, mein Motor ist sehr stark Aber trotzdem ist die gerade lang und er zieht sich ran und er wird vorbeikommen Wo erst Ich werde nicht, also ich werde es verteidigen, aber Ich werde diesmal Eher bremsen, ich werde eher bremsen, ich werde eher bremsen, ich werde eher bremsen Und werde da jetzt mal meine Nase reinhalten Ja, sehr gut, das war sogar diesmal ohne Berührung Also diesmal war es richtig gut Gemacht, diesmal nicht zu spät gebremst Um dann die Position wieder zu verlieren Jetzt Bayern 4 aber zu weit raus, es könnte auch teuer werden Obwohl ich glaub nicht, ne Es wird sich Die letzte Runde, die letzte Runde des Rennens Es wird sich auf der letzten Stazil gerade noch abklären Da kann ich diesen 8. Platz noch verlieren Aber Punkte wären es glaube ich so oder so Ich glaube nicht, dass wir in einer Runde 3 Plätze verlieren Ich glaube es nicht Da müsste ich zu einen großen Fehler machen Das werde ich mit Absicht ein bisschen vorsichtig fahren Auch nicht zu vorsichtig natürlich Oh, da kommt aber jetzt sogar hier auf den 4. Angriff Oh ja, da wird ein Angriff kommen Ein Angriff kommt, ein Angriff kommt Ein Angriff kommt Oh ja, ein Angriff kommt Auf jeden Fall, oh, oh Jetzt macht das hier schon Na, ne, 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 hab's nicht geklappt, ok Ah, wir fliehen mal ganz gut durch Jetzt kommen, ja, hat gut geklappt Ok Boah, das gewinnt Auch in der zweiten Sonne ist er fast unschlagbar Oh, hier könnte aber auch noch ein Angriff kommen Allerdings Ich hoffe es aber allerdings nicht Da kommt keiner Ich werde sich hier mit Absicht ein bisschen vorsichtig machen Um hier jetzt besser rauszukommen Hat gut geklappt auf jeden Fall Ja, aber trotzdem Obwohl es sieht so ungefähr aus wie vorher auch Oh ja, er wird vorbei kommen wieder Wo mach ich jetzt? Ja, ich werde, oh, jetzt fast wieder Jetzt Achtung, ich darf mich nicht verbremsen Ich darf mich nicht verbremsen Und vorbei wieder, wieder sauber Und jetzt war's das Jetzt hab ich's geschafft Jetzt hab ich's nochmal genial gemacht Gut angebremst Und am Ende wird das Oh, Platz 8 Junge, Junge Wenn man auf dem Gras ist hier anbremst So, das Rennen ist vorbei Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst Ich hab's mit dem Gras gemacht Weil ich mir gedacht hab, dass die jetzt irgendwie freinfahren Der Mars hat sich auch gedreht Wir haben uns beide dabei aus der Rennen genommen Also auf dem Rennen nicht, aber naja Ein weitreiches Pogoschersieg geht heute auf ihr Konto Das hat das Team von Mercedes super gemacht Stefan, wie konnten sie heute deiner Meinung nach So ein unglaubliches Resultat anbieten? Tja, er hat die Safety Car Phase perfekt ausgenutzt Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss Wenn das Rennen zurückgesetzt wird Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Frage die richtige Antwort findet Hat man eine gute Chance Und genau das ist heute passiert Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes Nach der heutigen Leistung sichert sich Valtteri Bottas die Führung in der Meisterschaft Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wir heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählen Für mich ist das heute der Glückspilz Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen Kommen wir zu den Konstrukteuren Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1 Ich freue mich schon auf das nächste Mal Ja, und Gassi ist noch stark natürlich Ja, wir 8er Okon holt auch 2 Punkte mit einer 1,0 eben auch Tworl holt einen Punkt, mein Rivale Und Latifi, oh, der älter mit dem noch richtig durchgerecht worden Der war glaube ich wirklich dort wo Alonso war, auf 14 Und nee, der war sogar auf 13 vorzeitlich Ja gut, das liegt aber auch daran Zunod hatte 2 Stops Alonso sogar 3 Ich nehme an, vielleicht sogar noch die Softs am Ende oder so Ähm Gut, er allerdings 1 Stop auch Mick Viertel aber auch 2 Stops Hatte auch die Soft auf jeden Fall sogar die Softs gehabt Latifi hatte Ich weiß nicht, ich hatte die harten am Ende gehabt Und die Medien auf jeden Fall die härteren bestimmt Und deswegen Ja, kann man ihm kein Vorwurf machen Mazpi hatte ja geschlagen Ziemlich deutlich sogar Ähm Genau, wie gewann ist Ju Riccardo, der aber auch 2 Stops hatte Aber auch Nizini Na gut, und Verstabend, der ausgefallen ist Trotzdem ein starkes Rennen eigentlich Ich würde nochmal ganz kurz Ah ne, guck mal jetzt nicht an Rennleiter kurz Ja, so sieht die Strategien aus Softhard haben Borders und Paras gemacht Was? Softhard geht auch? Okay, dann hätte ich das für schon machen können Dann wäre ich am Anfang auch schneller gewesen Und hätte die auch schön ausgenutzt Und wegen des Heftikers Ja gut Das wäre für schon ganz clever gewesen Gas die Uhr Aber mir ist sogar nur eine Anmerkung dabei Oh! Ha! Hier steht was Guck mal erstmal hier kurz Ähm Wir haben eine Kollision mit Sainz verursacht Die einzige auch Aber dann steht hier bei Leclerc Kollision mit Fan verursacht Damit er hat eine Kollision mit uns verursacht Da hat die Rennleitung Leclerc in der Folge gesehen Äh, sind Leclerc und ich zusammen geraten? Hä? Sind Leclerc und ich kodiert? War das nicht Sainz? Sainz war das doch oder war das Leclerc? Keine Ahnung Eine Sekunde, das kann man gleich mal gucken Das kann man gleich mal gucken ganz kurz Erstmal guck ich hier bei den Boxen-Stops auch Äh, ja Ja, aber das sieht man auch nicht aus Ne, das war seins Obwohl Leclerc ist da auch noch Allerdings Ah, ich weiß nicht, kann Leclerc auch gewesen sein Die Rangliste sieht dann so aus Ja, wir sind noch auf Platz 4 Wurden von Leclerc überholt Aber gut, wie gesagt Wir haben ja gesagt Ich habe ja gesagt, das bleibt nicht so Hier immer noch dritt Auch vierter witzigerweise Und ja, gut Okay Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück ins Hauptquartier Das erste Ja, wir haben auch Drei Punkte haben wir sogar nur Naja, Podiumsplatzierung Na, da ist es nicht Ja, gut Trotzdem bleiben wir da da vorne Also, mal die erste Rivalität Die wirklich machbar ist zu gewinnen Da bin ich mal gespannt Wer hat was gewonnen Ah, Wertefahrer des Tages? Äh, da haben die mich aber jetzt gerade ein bisschen betrogen Wertefahrer des Tages ist fehlgeschlagen Das war Fahrer des Tages, hallo War von eingeblendet und da ist Stefan Römer hat es auch gesagt Für mich ist es heute der Glückspilz Also ich weiß nicht was das sein soll jetzt Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch Und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit Ah, okay, das Sponsorengelder ist ausgelaufen Die Verträge, ja Ich war ja mit Ich war, ich glaube, dass das mit Fahrer des Tages kann das sein Ich würde ihn erstmal noch erneuern für dieses Mal Einfach kurz und knapp So, oh, WM sind wieder aufgeschlossen auf uns jetzt Während auch Elfer Tauri erst Martin überholt hat live Okay Ja, unsere Abgeord... Ach ja, bei uns sollen ja ohne Abgeordnete ankommen, merke ich grad Da ist ja ohne was ankommen Wir sollen da nochmal ankommen kurz Ähm In neu, aber das heißt in 19 Tagen Oh, Junge, Junge, Junge Dauert das noch Aber wir können ihn gleich nochmal machen Oder können wir noch mehr machen? Können wir noch mehr machen? Ja, können wir Machen wir gleich hier mal weiter Genau Machen wir hier gleich mal weiter Dann machen wir Hier reicht's nicht mehr Hier haben wir schon auch Dafür reicht das noch nicht mehr dafür Man kann ja mal kurz gucken Hier reicht's noch Sehen wir also das ist eh schon gut Aber was... Mal sehen Oder können wir hier noch was machen Bei Strapazierfähigkeit Ja, hier Ja, gut Dann haben wir jetzt hier mal schön viel schon gemacht grad Okay Und da war's jetzt einfach Oh Ja, wir haben uns ganz schön gut gehalten Okay Ja, die Motoren sehen auf und wieder fast Ja, okay Ja, okay Ja, gut Aber dann war's jetzt mit dem Video Dritter und Achter Ganz gute Ergebnisse Vielen tief und dann Ja, bis zum nächsten Mal Und dann Bis zum nächsten Mal Und Tschau Ja, es geht's Töne 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 Untertitelung des ZDF, 2020